So, heute haben wir was Besonderes vor, nämlich ein Wasserzeichen einzufügen, aber dieses Wasserzeichen soll nicht auf der ersten Seite unseres Dokuments erscheinen. Ich habe jetzt hier mal ein Pseudo-Anschreiben vorbereitet, sehr geehrte Damen und Herren, mehr wollen wir da gar nicht haben, das ist die erste Seite, die soll kein Wasserzeichen bekommen. So, damit das Ganze funktioniert, müssen wir als erstes einen Abschnittsumbruch einfügen. Das geht hier über Layout, Umbrüche und dann hier unterhalb von Abschnittsunterbrüche auf Nächste Seite klicken. So, also wir haben hier eine neue Seite eingefügt und einen Abschnittswechsel dazu ausgeführt. So, wir gehen auf die neue Seite und schreiben hier ein wenig Text. So, den haben wir hier aus dem Blindtext geholt und haben hier eben schön eine neue Seite. So, wir stellen sicher, dass wir hier auf der zweiten Seite sind, indem wir einfach mal einmal in den Text reinklicken und dann brauchen wir eine Kopfzeile. Das geht hier mit Einfügen, Kopfzeile und leer. Den Text, der hier vorgegeben ist, den löschen wir gleich wieder. Einfach auf Backspace tippen, dann ist der schon mal weg. Jetzt haben wir eine Kopfzeile und diese Kopfzeile, das ist unser Hilfsmittel, um klar zu machen. Es geht hier erst auf der zweiten Seite los mit dem Wasserzeichen und dafür brauchen wir hier noch eine kleine Spezialität, nämlich wir klicken hier auf Entwurf bei den Kopf- und Fußzeilentools und dann entfernen wir hier diese graue Markierung mit vorheriger Verknüpfen. Das heißt, wir haben jetzt hier für den zweiten Abschnitt eine andere Kopfzeile als hier oben für den ersten Abschnitt und genau das ist entscheidend für unser Wasserzeichen. Wir tippen auf Escape, um den Kopfzeilenbereich zu verlassen. Ich stelle sicher, dass ich hier auf der zweiten Seite bin und dann kann ich hier mein Wasserzeichen einfügen. Das geht über Entwurf, Wasserzeichen und ich nehme jetzt hier mal vertraulich. Dann habe ich hier das Wasserzeichen auf der zweiten Seite, aber eben nicht auf der ersten Seite. Das war's. Schönen Dank fürs Zuschauen. Bis bald bei tippscout.de. Bis bald bei tippscout.de.